Wir sind die IEC Logistics and Fulfillment GmbH. Wir bieten E-Commerce Unternehmen logistische Dienstleistungen in Sachen Lagerung, Verpacken und Versand an. Ursprünglich kommen wir aus der Transportlogistik. Vor circa zwei Jahren haben wir uns dazu entschieden, den Fokus auf E-Commerce zu legen. Um die logistischen Dienstleistungen im E-Commerce anbieten zu können, machten wir uns auf die Suche nach einem richtigen Lagerverwaltungssystem. Nach langer Suche und nach vielen Tests haben wir uns letztendlich für Pulpo entschieden. Der Onboarding-Prozess bei Pulpo war sehr schnell und einfach. Innerhalb drei Tagen war alles auch schon eingerichtet und wir konnten somit schnell loslegen. Jetzt nutzen wir es schon seit einiger Zeit und wir kommen sehr gut klar damit. Die Fehlerquoten sind sehr niedrig. Unsere Mitarbeiter sind auch sehr zufrieden mit der Bedienung. Auch neue Mitarbeiter können schnell eingelernt werden, da die Software sehr schnell und einfach zu verstehen ist. Auch eine sehr wichtige Funktion von Pulpo ist die Chargenverwaltung. Somit konnten wir Kunden aus der Lebensmittelindustrie annehmen, da es zwingend erforderlich ist, die Mindesthaltbarkeit zu verwalten. Also ich bin seit zwei Wochen hier im Lager und am ersten Tag dachte ich wirklich, dass ich sehr sehr lange brauche, um alles wirklich zu verstehen. Aber jetzt mittlerweile klappt es super. Pulpo zeigt mir an, in welches Regal ich gehen muss, also welches Produkt ich nehmen soll. Und falls ich einen Fehler machen sollte, leuchtet das Handy auch rot auf. Dank Pulpo, ich weiß nicht, man kann einfach nur fehlerfrei arbeiten. Mit Pulpo haben wir jetzt schon einen leistungsstarken Partner, der all unsere lagerlogistischen Themen abdecken kann. Wir freuen uns, dass Pulpo auch praxisnahe Anforderungen aus der Lagerhalle direkt in die Software umsetzen kann. In der Zukunft plant Pulpo auch weitere tolle Tools, die uns als Logistiker auch in Sachen mit Dashboards oder KPIs das Leben vereinfacht und wir somit auch skalieren können und unser Business erweitern können mit der Nutzung von Pulpo.